Willkommen zurück zu Devil May Cry 4. Wir haben das letzte Mal Eier gesammelt. Und wir haben die Pflanze zurück nach Hause geschickt. Wer auch immer sie war. Mission 08 Glaubensbekenntnis. Umarmen Sie das Licht, um dem Wald zu entkommen. Ich find's schön hier. Er will gar nicht weg. Oh, altes Trainingsgeländer. Die Kamera lässt sich gerade nicht drehen. Ah, ich wusste, es ist ein Ei. Okay, ich kann da langlaufen. Ich kann nicht da runterlaufen. Okay. Es sieht halt immer, manchmal ein bisschen open worldiger aus, als es ist. Und dann ist es mal ein bisschen open worldiger. Und dann verpasst man Dinge. Ach, der, 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 der Devil-Dingens-Bringer. Gott sei Dank, der zeig ich nur den da an. Wie komm ich denn da ran? Ich hatte schon befürchtet, der sagt mir jetzt, hier ist ein Geheimauftrag. Davon haben wir ja in letzter Zeit nicht genug gemacht. Nein, er wollte mir bloß sagen, dass da oben was Blaues hängt. Und Ormen, das darf er. Hi. Na ihr? Machst du mal den da kaputt machen? Danke. Den da hinten auch. So. Dann haben wir erstmal die größten Probleme gelöst. Das ist eine neue Aufnahme. Deshalb muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung bewegen. Jagen wir jetzt eigentlich Dante oder? Was genau machen wir? Eigentlich sind wir doch nur auf dem Weg zu Headquarters, oder? Aber Headquarters war ziemlich versteckt. Wenn es hier hinten im Wald ist. Oh, ich kann runter. Jetzt habe ich nasse Füße. Da geht es noch weiter rum. Na gut, dass hier keine große Strömung ist. Was ist denn hier drüben? Nix. Kann man da was machen? Nö. Äh, aber da hat sich die Kamera gedreht. Es sah so aus, als hätte ich hier. Oder war vielleicht der Stein? Das ist jetzt schon wieder so open-würdig, dass ich das Gefühl habe, irgendwo... Ja. Es sieht so aus, als ob ich unfreiwillig richtig bin. Hä? Die Brücke kenne ich doch. Vielleicht bin ich auch unfreiwillig falsch. Ich kenne die Brücke. Hier war ich schon mal. Der Devilbringer. Genau, den haben wir schon mal... ...gemacht oder zumindest angefangen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Wo soll ich denn jetzt hin? Kam ich von da drüben? Ach Mensch, die Folge hat gerade erst angefangen und ich bin schon wieder komplett verwirrt. Da geht's doch raus. Nicht? Ich geh mal ganz kurz gucken. Das ist die Katze im Hintergrund. Ach ja, vor zwei Stunden, als ich eigentlich aufnehmen wollte, hat die Katze noch geschlafen. Aber es hat nicht so in seinem... Wo soll ich denn jetzt hin? Ich bin verwirrt. Wie so oft. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Freut mich auch, euch kennenzulernen, glaube ich. Wartet mal kurz, da sind Eier. Au. Au. Irgendwie... ...konnt ich wollen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Er springt schon wieder dauernd. Okay, war's schief. Das finde ich sehr... Oh. Der ist ja super tot. Sehr unpolitisch. Aber hier war ich scheinbar richtig. Ob wenn wir hier schon mal waren. Ich bin verwirrt. Wie so oft. Kam ich jetzt von da? Muss ich da hin? Ne, ich glaube, ich kam nicht von hier. Lass mich wieder hoch. Ich muss mal da gucken gehen. Tal des Windes. Ja, hier erinnere ich mich auch dran. Aber warum bin ich hier? Die wichtigen Fragen des Lebens. Warum sind wir hier? Gut, wer von euch jetzt sagen kann, äh... Hier war ich schon mal. Der... ...hat berechtigten... ...berechtigten Grund, an Wiedergeburt zu denken. Ähm. Ah, nicht nicht da, nicht da. Soll ich denn da wieder hin? Wo soll ich hin? Warum soll ich hier hin? Oh, hi. Dich kenne ich noch nicht. An dich hätte ich mich bestimmt erinnert. Aber schön, dass du da warst. Ähm. Ich kann die Kamera nicht drehen. Das ist gerade sehr... ...unpraktisch. Oh. Oh. Ah. Hier bin ich. Aber soll ich hier hin? Das ist doch hier die Frage. Die Missionsaufträge gehen, wenn es da... Da leuchtet was Grünes. Ich seh's genau. Äh, ich will's haben. Was ist es? Warum komm ich denn da nicht hin? Hä? ...drei... 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 ...will haben... ...gib's her. ...da. Hab ihn. Bin zumindest ein bisschen glücklicher als eben noch. Wieso leuchtest du denn jetzt schon wieder? Achso, immer noch wegen ihm. Ja, nee, aber danke. Wo soll ich denn hin? Katze auf der Schrankwand. Soll ich hier wieder raus? Aber warum soll ich hier raus? Warum bin ich denn hier rein? Eigentlich doch, weil ich da hinten hin wollte. Da bin ich aber auch irgendwie von weggegangen. Aus Gründen. Es ist verwirrend. Ich geh mal wieder dahin, wo ich wahrscheinlich bin. Sollte, könnte, tuten tun. Was ist das Ding? Ich hab nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Wo ging's denn da rein? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Und so. Es scheint, als ob die Sepirosbrucht irgendwie auf diesen seltsamen Raum reagieren würde. Ganz fast selten. Das geht mir mal aus dem Weg. Da ist das Ding. Und hier ist die Schreibe weg. Okay. Das Rote ist eh nicht für uns. Geh mir aus dem Weg, hab ich gesagt. Du könntest leben, wenn du mir nicht dauernd am Weg stehen würdest. Der Erste, der mich jetzt angreift, sorgt dafür, dass ich eure ganze Sippe auslösche. Nur, dass du es wisst. Halt. Mysteriöser Wald. Kein geheimer Auftrag, wenigstens was. Dies ist ein lieblicher Wald. Aber wer ihn lieblos behandelt, wird von Dunkelheit umschlossen. Wer sich nicht nach Dunkelheit sehnt, sollte nach dem Licht streben. Ansonsten sind alle Bemühungen vergebens. Viel wichtiger ist eigentlich die Frage, wo gibt's denn die meisten Eier? Okay, geradeaus ist der Weg, von dem ich kam. Erstmal gibt's hier keinen Hinweis, wo ich lang soll. Muss ich nochmal mit dir reden? Bäh. Ich hätte jetzt erwartet, dass da so ein Licht vielleicht rauskommt, aber dann... Wir gehen zuerst von da nach rechts. Links. Rechts-Links-Schwäche. Frau, ich darf das. Ach, nö, nicht doch ihr. Ich mag euch nicht. Genau deswegen mag ich euch nicht. Oh. Ah ja. Aua. Au. Okay. Okay. Okay, ist tot. Oh. Wo? Wer? Und warum? Hier, nö? Hier. Irgendwo. Darüber? Hm-m. Ist jetzt aber nicht wegen hier. Nee, ist nicht wegen hier. Kater quietscht im Hintergrund. Es ist irgendwas oben. Manchmal wünschte ich, der Devilbringer würde ein bisschen mehr kommunizieren. Da oben, ich seh's. Wie komm ich denn da hin? Kater. Meine Güte. Der ist heute schon den ganzen Tag sehr lieber bedürftig. Wie komm ich denn da hin ohne Doppelsprung? Ich seh's ja. Aber ich hab doch den Doppelsprung noch nicht. Und ich kann mich hier nirgendwo abstützen. Ich glaub, ich komm hier wirklich ohne Doppelsprung. Diesmal nicht weiter. Was ich schon wieder ein bisschen unfair finde. Wie will ich? Ich will ja. Ich darf nur nicht. Menno. Äh. Jetzt bin ich wieder hier. Gut. Links war falsch. Aber die sehen doch prinzipiell alle gleich aus. Oder bin ich? Hier ist ein... Hä? Da ist was an. Willst du im weit verlassenen Falle nicht der Dunkelheit einheim, sondern behandle ihn wohlgesinnt. Wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Aber Schatten führen nur zur Dunkelheit. Ich bin nach da gegangen und dann ist hier was an von mir aus. Ich geh mal da lang. Das war doch schon wieder falsch. Ei. Wie nacht die ist. Ich mag euch. Du bist halt schön unkompliziert. Au. Ja toll. Super. Ganz hervorragend. Was ist denn das überhaupt? Ist das? Das ist ein blaues Fragment, oder? Ja, ist eins. Das sah bloß gerade irgendwie seltsam aus. Die hätten mir auch mal eine goldene Statue hinstellen können. So prinzipiell. Wie viele Seelen habe ich überhaupt? Kann ich das sehen? Ah, nicht genug. Eine goldene Statue würde mir auch nicht helfen. Okay, ich bin da lang, da war auch... Oh, fällt jetzt das Grun an. Das Licht der Sonne, das auf alles Erschaffene scheint, erleuchtet einen Hinweis auf deine Zukunft. Lasse die Dunkelheit hinter dir und folge deinem Weg nach vorn. Nach vorn. Nach vorn wäre da lang. Ich geh mal da lang. Die Minimap dreht sich halt mit, glaube ich. Es sieht aus, als ob ich immer in die gleiche Richtung renne. Oh. Äh? Ich wollte gerade sagen, was richtig, aber kann ja nicht. Oder kann doch. Ne, kann nicht. Okay. Die Geschichte wiederholt sich, sozusagen. Jetzt bin ich wieder hier. Also heißt das jetzt immer dem Grün hinterher? Oder so? Ich bin verwirrt. Da? Das sollte ja, wo ich zuerst fange. Ich weiß es nicht. Nö, hier ist falsch. Uah. Au. Aber hier seid ihr wieder. Gut, dann weiß ich zumindest, dass ich... Aua. Hörst du aufzahlen, wenn du blödes Kink? Mag dich nicht. Mag euch nicht. Liegt dann eurer ganzen Art. Au. Und damit meine ich nicht euer schlechtes Verhalten. Gott sei Dank gibt es hier keine Greifchen. Komm mal her. Geh kaputt. Danke. Ein bisschen mehr Grün wäre schöner gewesen. Gut. Ob ich hier wieder rausfinde oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Weiter will me cry beer. Bis dahin, bye bye. Vielen Dank.